Wollen wir nicht nachsehen? Halt die Fresse, Mann. Oder willst du vielleicht, dass wir beide erschossen werden? Stalin ist tot. Er ist tot. Stalin ist tot! Oh mein Gott. Der Genosse Generalsekretär liegt würdelos in einer Pisslache. Ja, ja. Fühlt sich unwohl. Eindeutig. Ich will auf der Beerdigung meines Vaters eine Rede halten. Kein Problem. Theoretisch nicht, aber praktisch gesehen... Als ich sagte kein Problem, meinte ich eigentlich ein Problem. Entschuldigt mich. Stalin wollte immer ein einiges Zentralkomitee. Wer ist dafür? So beschlossen. Ein Stimmig. Wir brauchen einen Wandel. Tja, und wer von uns geht dabei voran? Das bleibt ja wohl an mir eng. Hinterältiges Arschloch. Das Rennen hat begonnen. Wir brauchen jetzt dringend einen Plan. Wie willst du denn beim Rennen Pläne schmieden? Ich hab keine Ahnung, was da vor sich geht. Ich bin der Friedensstifter. Ich mach jeden fertig, der mir in die Quere kommt. Los jetzt! Bewegt euch mal, ihr schlaffen Pussis! Hol ihn! Abgeben! Schießen! Er schießt sie zuerst, aber er soll dabei zusehen. Erschießen und vor den Altar legen. Um die Restlichen kümmerst du dich. Wir müssen handeln. Ich brauch dazu deine Hilfe. Ich bin gezwungen, dieses Gespräch zu melden. Androhung von Gewalt gegen ein Mitglied des Politbüros zum Zweck der... Was machst du denn für ein Gesicht? Ich hab Deutschland erobert. Ich denke, diesen Fleischkloß krieg ich auch noch klein. Egal, was passiert. Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen jemand etwas antut. Vielleicht erschieße ich mich lieber, so wie Mutter. Gültiger Gott! Hat Coco Chanel dir auf den Schäbel geschissen? Nein, hat er nicht. Also, Stalin hätte das gefallen. Ich mach für dich weiter. Viel Glück, die Damen. Wisst ihr was, ihr alle? Leckt mich doch an meinem russischen Arsch! Keine Angst. Es wird keiner umgebracht. Versprochen, Leute. Vorsicht. wieder東西. Wir müssen uns hochitchい.